So, jetzt kommen wir zu den Einfahrfahrtsorten in Kirste Maulasse. Zurück an den Haulfahrtsorten der 19.07. Der ist ein Fahrrad. Ansonsten, der ist es für die Räume. So, jetzt kommt er. Und jetzt kommt er, die in die Räume. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR